Wir lieben es, ab und zu ein paar Dinge zu Hause zu verändern. Jetzt können Sie Ihre liebsten Einrichtungselemente besonders hervorheben. Mit farbigen oder weißen Lichtakzenten, die jedem Raum ein ganz neues Ambiente geben. Mit Philips LED Light Strips. In unterschiedlichen Varianten eröffnen Sie ihnen unzählige Designmöglichkeiten. Verwenden Sie sie einzeln oder verbinden Sie sie miteinander, um größere Objekte in Szene zu setzen. Sie können das Ambiente nach Lust und Laune verändern. Seien Sie kreativ und passen Sie die Beleuchtung in Ihrem Zuhause, Ihrer Stimmung und Ihrem Stil an. Stellen Sie sich vor, wo Sie Philips LED Light Strips überall anbringen könnten. Unter der Küchenzeile, entlang der Uhr, hinter Bilderrahmen, hinter Ihrem Fernsehschrank, auf Bücherregalen, um den Blumentopf herum, auf Fensterbänken, am Kopfteil Ihres Bettes oder hinter einem Spiegel. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Heben Sie einfach die Dinge hervor, die Sie lieben. Mit Philips LED Light Strips.